Heute bin ich mal aufs Dach gestiegen, hier am Dortmunder Hafen, um euch mit der Dortmunder Skyline zu überraschen und Danke zu sagen und einen herzlichen Glückwunsch, nämlich an alle Schülerinnen und Schüler in unserer Stadt, die jetzt in diesen Tagen und Wochen ihren Schulabschluss gemacht haben. Ob das Abitur, ob die mittlere Reife oder in der Berufsschule oder in Schulkollegs, in jeder Form habt ihr in dieser Zeit einen Abschluss hingelegt. Das ist eine großartige Leistung, wie ich finde, denn es war mit Sicherheit eine schwierige Zeit, mitten in dieser Pandemie mit all den Unsicherheiten, mit Distanzunterricht, mit E-Learning, mit Homeschooling und dann doch wieder in der Schule testen, nicht wissen, wie ist es morgen, möglicherweise mit Belastung auch in der Familie durch Infektion, alles das macht einen Schulabschluss mit Sicherheit nicht leichter. Denn die Gedanken können eben nicht ausschließlich dabei sein, was man jetzt lernen muss und wie man den Stoff wirklich beherrscht, sondern die Gedanken sind möglicherweise bei ganz vielen anderen Dingen. Und trotzdem habt ihr es geschafft. Ihr habt es hingelegt, ihr habt es fertig gemacht und darauf könnt ihr wirklich stolz sein. Und dazu möchte ich euch gratulieren. Denkt immer an diese Zeit, denn ich bin sicher, es wird euch helfen. Auch in den nächsten Jahren. Alles das, was kommt in eurem Leben, in eurer Biografie, wo vieles zu entscheiden ist, das habt ihr schon mal geschafft. Das nimmt euch keiner mehr. Alles Gute.